Oh, ich hab auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Die Leute sagen, er könne jede Krankheit heilen. Man sagt, er soll umherreisen und Leute heilen. Ich möchte, er kommt hierher, um noch etwas zu suchen. Ich frage mich, wie er so ist. Er ist gerade vorbeigekommen. Wo ist er? Ist er das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilgründe? Er sieht eher schwach aus. Papa, wer ist das? Ein sehr berühmter Priester. Willkommen in Brighton, Heiliger. Ich danke euch vielmals für diesen herzlichen Empfang. Pater, Varud und die Dorfbewohner erwarten sehnlichst deine Ankunft in der Kathedrale. Oh, dann sollte ich Pater Varud nicht länger warten lassen. Jetzt! Stimmt! Lauf! Danke für meine Rettung. Bist du auf dem Weg nach Pride Home? Danke für meine Rettung. Oh, du suchst also nach der Arche? Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Um ehrlich zu sein, ich suche auch nach ihr. Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Was für ein glücklicher Zufall. Vielleicht können wir zusammenreisen und... Geheimnis. 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 Nein, 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 nein! Nein! Vielen Dank. Oh nein, sie sind mir bis hierher gefolgt. Vorsicht, da kommen noch mehr! Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Meine Güte, bist du nicht verletzt? Geheimnis. 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 Spürt die Wärme des Lichts und werdet geheilt. Oh, der Schmerz ist weg. Vielen, vielen Dank. Das ist unglaublich. Er hat so viel Energie. Bei den Göttern. Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist das. Du bist hier. Pater Waruth, dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das war dir also. Ich kann die Güte spüren. Meine Begleitung sucht ebenfalls die Arche. Oh, ist das so? Dann haben wir viel zu besprechen. Ist dies die Tafel? In der Tat. Sie enthält alles Wissen über die Arche, das über Generationen weitergegeben wurde. Zumindest theoretisch. Wie ihr sehen könnt, fehlt ein Teil. Ein recht großer Teil. Was damit wohl passiert ist? Die Tafel sah bereits so aus, als sie in der Kathedrale ankam. Ich denke, das Stück verschwand beim Transport. Wir konnten es auch nicht wiederfinden. Niemand weiß wirklich, wie dieser Teil der Steintafel verschwunden ist. Wir亲. Sie waren 9, 10. Aber was die Krim im Lund? incaten habt ihr an diese Angriff? Konн quartiere, aber das zeige. Nein, das geht aber auch nicht.